einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt wie ihr seht diesmal wollen wir Heaven anzocken das ist ein PS5 Spiel steht auch nur Heaven da das Liebespaar oder so die sind auf einem anderen Planeten ich habe schon mal angezockt und aufgenommen habe keine Trophäe nichts ich glaube nur 10-20 Minuten gemacht ne länger weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf aber der Ton war davon kacke den konnte ich nicht benutzen Gwann euch vor das ist wieder ein Spiel wo man sehr sehr viel lesen muss das ist jetzt und die Musik gefällt mir nicht 2349 ich werde ich werde die Texte größtenteils weg machen fortfahren neues Spiel spiel laden Covid ist jetzt nicht zu laut ne ich mach mal nochmal ein bisschen leiser das ist halt bei meinem Aufnahmeprogramm ist das echt bescheiden zu sehen was jetzt zu laut was jetzt zu leise ist also da müssen sie sich von Ava Media noch was einfallen lassen das ist kacke was soll nicht fortfahren auch Mensch bin doof das ist jetzt nicht so gut okay kacke also all good this should last is a few days now it's our turn to fill up Wir wollen ja Neu anmachen. Neues Spiel. So hättest du dennoch das Gefühl, dass du das mit dem Schwierigkeitsgrad hast. Ich mach's auf niedrig. Ist auch wirklich kein schweres Spiel, außer mit der Steuerung. Wenn die denn so gleiten, werdet ihr dann gleich sehen. Ja, aber spring mal. Und so geht's jetzt die ganze Zeit weiter. Ich mach jetzt einfach mal fantastisch. Die lieben sich halt. Das ist auch gut so. Durch das Stromausfall. Müssen wir das Strom besorgen. Das sind halt so blaue Kugeln, die hier so rumfliegen. Aber erst mal zeigen sie uns, wie die Steuerung funktioniert. Wir können halt auch zwischen Bruder und Schwester immer hin und ... Quatsch, Bruder und Schwester. Zwischen ein paar hin und her wechseln. Ja ... Das ist diese blaue Energie, die müssen wir einfach nur folgen nochmal lang ihr könnt auch immer den gleichen nehmen aber wir nehmen jetzt mal was anderes da ist auch noch Apple ich hätte R2 gedrückt zum kleinen ja 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 we can go when you're ready so jetzt sollten wir wieder die apple nehmen wir auch mal mit so wir haben jetzt natürlich nur eins kochen sie zusammen wenn man denn andere zutaten haben kann man vielleicht was anderes kochen essen wir machen essen nö we all have to good because of i'm being forced to do things against my will just like before and I don't know why I can't and fyi Tschüss. Wieso, ich auch nicht mit wem ich jetzt gerade unterwegs bin. Do you think it's time to go to bed if you say so? Do you need anything? No. Huh. Me neither. Okay. Alright. Oh, you think you know I'm even a deal if you actually are. Trotches sind wieder ewig. At worst? Woah. What? If no problem kill whether you make me out here. It's really nice to make this game. If you have time for it. Do you have time for it? 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 Do you remember where the apple juice were? Can we try and pick something else for a change? No okay, wow. Do you think I'm the wind? Justuse me. Oder ist der Boden schlafen? Es schlafen. Es schlafen viel! Jetzt geht mein Schiff kaputt oder was? Oh, jetzt gab es noch eine Trophäe. Mal gucken, kommen wir da irgendwie rüber? Da leuchtet was blau. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Huh? Ich bin verrückt, aber das sieht aus wie ein Bluton... Ja, es sieht aus wie ein Flow-Bridge. Kind of wie die, die wir hier nahmen. Ist das möglich? Ich habe noch mal irgendwelche Brücken entdeckt. Ich glaube, das ist ein Bluton. Das war's für sich. Ich bin mir kein Bluton. So tracks das, die wir interferon. So, ich schlafen. Ich bin mir hier. Ich bin mir da. Oh ja. Guck. Okay. Do you see what I'm seeing? Uh, a big ugly lizard? No. Looks like a type of hygrocybrubus. Ah. Like, can we eat it? Oof. Not at all. Unless you're looking for a quick way to... Don't you find that symbiosis amazing? The movements as far as what the lizard is... ...as 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 far as what the lizard is... Maybe it doesn't. Maybe we should... No way. You don't get in the way. I'll make sure. No way. No way. No way. No way. Do you think that's impressive? We can fly too. No way. No way. No way. Do you have any more? Abmachen Also die welt ist auch echt schön gemacht also wirklich Aber für mich Auf Dauer Denke ich mal eher nicht weil es mir abends aber zu viel zu lesen Ich bin sicher, dass sie nicht entspricht Ich bin sicher, dass sie nicht entspricht It isn't ripe yet. I got a big one. Das ist wo wir gekommen sind. Nope, ich bin nicht zurück. Wir müssen ein bisschen warten, um es zu werden. Ah, hier. Und so gehen wir halt voran und da forschen den Planeten. Wow, das ist... Actually... We should take a closer look. Great. We can bring that back to the nest to study it. Any idea what's underneath our fi- Not, it looks like some kinda looks what? Look beneath your- Ah, there's a good thing we came. That way. Look. It looks like the rust has formed into a bigger chunk. Look. 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 Uh... I will fly. I will fly now. I will fly now. Okay. Now, we have one more. I will fly now, okay? Nothing. I will fly now. I will fly now. Ein weiterer Brüder. Das ist großartig. Das bedeutet, dass es anderen gibt. Wenn wir Glück haben, werden wir uns zurück in den Nest bringen. Oh, guck mal, jetzt haben wir die ganze Bibel befreit. So ist alles weg. So ist alles weg. So ist alles weg. So ist alles weg. Dann auf zur nächsten Insel. Oh, ich hab nicht mal zu trinken mehr hier. So ist alles weg. Okay. We should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. Rust. Saw that. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, darum ist es eine Ruine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, das ist eine Runde. Oh, das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Oh, 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 das ist eine Runde. Das ist so schnell. Wir gehen nicht irgendwo. So? Oh, das ist eine Runde. 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 Oh ich nicht. Ich konnte viel quatsch. Wow. So, da ist die Küche. Da können wir pennen. Da liegen sie schon wieder an pennen. Do you want to tidy up a bit? No. Wir gucken mal schnell nach, ob das Spiel auch Platin hat, weil das interessiert ja auch immer viele. Ja, hat Platin? Albtraum oder Albtraum? Das war kein Albtraum. Das war kein Albtraum. Ich weiß nicht. Ich kenne es die Ball. Weil manchmal... Oh. Nein. Ich wünsche es nicht. Aber du bist da. Gut. Vielleicht schwanger oder so. Tiggerchen. Jetzt räumen sie auf. Na süß. Ist doch wieder alle schick. Rote heiß können wir nicht nutzen. Kochen wir mal was schönes. So. Das können wir nicht benutzen. Also nutzen wir das. So. 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 Dann gehen sie mal wieder an den Fehlern. Dann bauen sie nicht. Nein, wir stehen hier eigentlich so. Schlafen. Ich schlafe das letzte Mal nicht. Was ist dann dann? Oh.. Das auch nicht. Wollen wir noch rausgehen? Ah, das war so. Wo ist das? Wo ist das? Did it move? No, I don't think so. Balding bloot! It's over. We'll never be able to fix. We are condemned to living on an incline in a until our b- What swell? What I thought about that. What you guys... You won't die here. I think we scared them. Sweet old tractoglobe. Doing its best. Even though it'll never work without a new gasket. Good. 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 den berghoch wozu blau leuchtet you know you can use these boots sorry this way is also full of rust not for long here another big chunk we probably should grab some more just to be sure to make the gasket okay for sure great we're stacking up you like a bug better us and let not get one if I vote yeah come on just a little more rust and we'll be dead be careful I did notice that we should be able to pacify it copy that great job you're welcome one left are you all right target left all right that's it bam wow it settled down now's the time and now he's back to being sweet seems like it was the rust that made him aggressive I do the same what finger if you give you a I have to ask going his name is like I can say we just do it before we continue here we do it every time i think that's enough rust toう roosella cuir are we leaving them? ready when you are he was waiting for you to ask 2 to nothing is a pretty good start hey the first one didn't count what why didn't count you nice shot you started it you know what to do keep them coming nice one are you alright let's just pacify what that should do it we make a good team 2 to nothing okay okay beginner's luck but watch out it won't last and three you are not even letting go try drifting next time it makes faster turns and 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 i have to say it's much nicer this way and 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 guys this one this one's ready okay Okay! Target left! Nice one! Bam! Your turn! On it! This one's ready! Well done! You! One to go! You started it! Now what? That didn't seem to bother him much! Oh, come on! Eat that! Let's get it over with! And done! Done and done! That was easy! No! That didn't we before yet! Seed! Ah! Seed! Ah! Seed! Ah! Ah! Seed! Ich knuschle dich aber wirklich oft. 70, 160, oh. 70, 160, oh. 70, 160, oh. It could always be useful. What does she want from us? A little help here? Eat that. Dodge this. You know what to do. On it. Bam. Booyah. He's fighting back. We may need to change our strategy. Target low. He didn't like that too much. You started it. Why? This one's tough. Maybe try something else. Are you all right? I don't like this. Chill. He's ripe for the picking. Harvest time. Red, we're on fire. There. There you go. The end. You. Are you. Ah. You know. It's your own show now. It's not we. Oh, then I guess we just. I had washed my hair this morning. That's better. What is better? Oh. That's better. Cool. Okay. Nothing. Hm. Hey. Let's go. Another thing from home. Ham? Is it you? But why? She may not have been with him. Wir haben nicht mehr genug Energie. Ich habe einen guten. Dann legen wir uns doch noch mal mit denen an. Sehen wir uns in den Kasten. Wir wollen also den Kasten. Verwenden Sie den Kasten. Wenn Sie die Kasten. Das ist doch schwer. ich will gerne mal wissen was passiert wenn das voll ist die von den anzeigen essen oder was weiß ich das ist auch mal ganz toll auch nicht Wow! Are you kidding? Dodge the awesome! Keep them coming! Bitch! This one's ready! I got this! Loot! You! Don't give up! I'm doing my best! You! Loot! You got this? You bet I do! You started it! Ow! Balloot! Make way! Why? This one's money! I don't like this! Target! What's gonna turn? I'm off! Eat that! Oh! Come on! You! Did I miss? Don't think so! We're on fire! Done and done! Ha! We're that good! We don't get it! Let's see! There's a fish! There's something else! We're not sure! That's the last one! We're gonna get it! We're gonna get it! We're gonna get it! We're gonna get it! Das ist das, was ich? Was? Strait ahead. Oh, g... Only one way. Seems like that's the highest. Uh, we'll have to... Aber ich würde sagen... Jetzt... Stunde angezockt. Oh, da haben wir was! Uh, 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 uh... Oh, okay. Oh, did you feel that? What? Like a tremor. No. I wasn't paying attention. I hope I imagined it. Okay, that is... ...ne Brücke, die wollen wir jetzt nicht nehmen. Hmm... Können wir hier rum? Nee, können wir nicht rum, okay. Okay. Ich weiß liebe... ...ні Q'zien ist ein gut. Ah, hier kommen wir? Okay. Wir sind uns auf dieissende justicein? Ja. Es ist perí, es« colorfuluva», ja. ... Oh, IH l... Aga... Ich denke, wir sollten gehen in den Hecht und Bewerb, wenn wir überhaupt nicht brauchen. Hey, Lern. Wenn das uns nicht bestimmt, weiß ich dich, aber ich bin okay. Kochen? Oh, ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich glaube, wir haben genug Rüst, um die Tractoglobe zu verbinden. Okay, dann. Was haben wir für uns erwartet? Bereit. Oh. So, haben wir jetzt ... Ne, wir haben nichts. Ich habe jetzt gedacht, wir haben jetzt ein bisschen was vom Schiff oder so, aber wir sind wieder voll mit Energie. Das da oben ist auch voll. Bei ihr ja, bei mir nicht. Also, ich habe jetzt echt gedacht, dass wir hier irgendwie ... Ich habe jetzt echt gedacht, dass wir hier irgendwie ... 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